hallöchen ihr lieben bei youtube und herzlich willkommen beim lieben kasimir auf dem bauernhof wir wir spielen was denn hier auch früher morgen sehr schön wir können uns ja bald auf den weg machen mit unserem trekker wobei ich würde erst mal ganz gerne hier anpflanzen jetzt ist das hier kann ich sage mal wie kann man denn schießen und gleichzeitig ein ding machen mika schießen und vernieter muss da machen und danke schön für 60 bits ja ich mag das schon und jetzt hat sich vor schreck angekackt wenn wir mal ganz kurz hier überlegen ja das geht ungeplantes team wie viel geld haben wir noch tausend das ist natürlich nicht so viel ich würde das hier mit dem väter mit dem zoll noch gar nicht machen weil das feld zieht so irgendwann um was ich aber mache wir holen mal die hacke und ich verschreck meine gabel weggeworfen na hoffentlich steckt sie jetzt nicht im fuß jetzt muss ich auch mal schnell rfk alles klar agi pass auf dass die keine fax machen so wie viel batz hatten die noch die verbraucht eigentlich glaube ich nichts wäre ja auch doof eine hake wieso sollte die verbrauchen meine hax na ja gut eine hax wird stumpf aber auch keine ahnung unterhose wechseln so das ist absolut richtig das mache ich morgen abend dann auch wieder nach dem stream ich wechsle die doch nur einmal die woche einmal die woche ich wechsle mich hier durchaus nicht dumm und dämlich ist verrückt sie liegt auf dem boden keine sorge ok gut so 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 das machst du da ist rein wenn man denn irgendwann neues gebiet hier gekauft haben dann können wir da nämlich ein feld hin machen riesengroßes so können wir schön mit dem traktor abfahren sehr schön hat aufgehört zu regnen vorne wieso ist hier vorne nichts kann man das nicht gedrückt halten lord of the rings der name ist schon komisch was ist das für ein spiel lord of the rings naja ich will da jetzt nicht drauf tippsen nach gullum ach ok also nichts für mich wenn ich gullum dann ist das nichts für mich nein ich sehe nicht aus wie er ach schnauze da hinten ihr müsst hier mal sitzen dann würdet ihr sehen wie das ist dann würdet ihr wissen wer es ist Kinder ich hab das ja nicht mehr geguckt er geht nochmal hier vorne auch nochmal guten abend die damen und herren was ist denn nun los was ist mit lucario los wer ist er betrunken ach so der kopf ist lieber hey hey ich bin heute wie ich bin heute ein bisschen formal aha also was heißt schon wieder aufpassen mit solchen aussagen ach so haben wir es denn alles hier reingemacht juti juti wieso denn nur fünf kann der jetzt nicht mehr ertragen oder was äh was ach die fruchtbarkeit des bodens müssen wir da machen ein mehr haben wir nicht da wenn wir den hier mal tanken das leute probleme er gewisse denn nicht vorher die maureteile spielen aber man muss halt man muss ja nicht alles spielen jetzt kurz vor die abo werde ich mir auch nichts neues mehr holen dann wie lange was meinst du eigentlich ich weiß nicht wie lange bist du denn da dran so bist du so jetzt sagst du die lust so irgendwann mal verlierst bei äh diablo oder sagst du jetzt was ist los lust verlieren stimmt mit dir nicht junge ach guck stimmt die haben ja noch ihre hüte auf nein nein mach das weg ich will nicht mehr führen aufhören zu führen ok in den eimer wollte ich rum genau 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 hab ich nö machen wir hier mal kurz schrott rein schrott rein tun uns mal den guten eimer neun kompass drauf machen wir denn auch erst wenn wir das neue Feld haben ne da weiß ich tatsächlich immer noch nicht wie ich hab versucht zu googeln aber ich hab nichts gefunden wie man diese scheiß Bretter diese Stämme da oben rein macht dass man da sägen kann hm ne was ist denn ach so ne 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 naja das dauert dann ne weile aber muss man ja nicht nur zocken erstmal story und erst machen dann kommt irgendwann die erste season raus dann wird dann wieder von vorne und ne 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 also wir sind schon einige wochen dann in denen man definitiv erstmal täglich fast dran sein wird ne 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 Ich guck mir das gleich nochmal an hier mit dem Ding. Muss doch da irgendwie reingehen, der Bums. Die Zauberkuh. Bei Diablo ist man ja nicht gebunden. Ja, ja. Ich bin schon wieder drauf übermorgen. Hat Bock gemacht letzte Woche. Jetzt wo man es verstanden hat, macht es Spaß. Definitiv. So, Karotten. Sehr schön. Du kriegst gleich was. So, Karotten weg. Okay, gut, 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 gut. Gucken wir... Ne, wir machen erstmal hier fertig. Sonst ist das mit der Zeit doof. Ähm... Hier, nächste. Ähm... Jetzt der hier. Da könnte ich hier eigentlich auch gleich auf anheben. So. Haferkörner und Weizenkörner. Warte mal. Was konnte da man noch mal reinmachen bei dem Fressen? Hafer und Weizenkörner. Okay, Futter. Futter. Hafer und Weizenkörner. Okay, könnte man beides machen. Dann geh zwei Treppen runter und du bist im Paradies. Ist so. Erst gleich krieg ich ja rein. Zwischen. Pssst. Ähm, mach, mach, mach. Achso. Ne, so. Sag mal. Ach, Mensch ey. Machen wir das auch einfach gleich nochmal. So, dann gehen wir mal was trinken mit Kasi. Mit Trecker würde ich hier nach nächster losziehen, ne? Einfach mal schön im Wald reinfahren, Bären pflücken, Schott sammeln und alles. was rumfliegt einsammeln. Vielleicht finden wir hier die Dächer. Ne, das wir das hinfertig kriegen. Blöd finde ich es aber immer noch mit diesem Ding hier. Spanne ein. Das ist irgendwie doof. Ich krieg das Ding ja auch nicht mehr raus, ne? Ich hole mal einen größeren Stamm. Ne, ich schreibe morgen in der zweite Stunde eine Englische Arbeit schon wieder. Was ist denn das für eine Verarsche? Merkst du das nicht, dass sie die verarschen? Achso. Ja, dann sagst du die für morgen auch ab. Ganz einfache Sache. Die haben die abgesagt, jetzt sagst du die ab. Oha, jetzt ist es aber langsam. Ja. Geht, das ist aber, vielleicht passt der da ja rein. Vielleicht geht das mit so einem kleineren nicht. Ja, das ist halt doof mit der Säge, ne? Die musst du ja ständig reparieren. Achso, ich bin jetzt in der Schulband. Ne, wirklich was machst du da in der Schulband? Nasenflöte, oder? Triple your hop, oder was? Triangle. Ehhhhh. Er spängt das da nicht ein. das ärgert mich ein bisschen ich bin bühnentechniker also licht und so einstellen richtig gut das gefällt mir noch besser klang als kleine hölzer es ist ganz kaputt okay also ziemlich da hinten die bienenstöcke wir müssen ja da hinten aber bei dem vogel die machen stimmen die man den auch am nächsten tag an wochen haben sollte ich glaube ich jetzt mittlerweile auch immer mit mir führenden an der bein hammer 5 das passt ja fünf müssen dann noch ein glaube ich vertöpigen kaffee bitte ja würde ich ja machen aber weiß nicht so mein kürtel liegt ganz komisch auf meinem fuß ja denn aber runter damit mit dem fuß diese kuh so mal hier eiers machen würde fast behaupten könnte man eigentlich jetzt noch mal zwei hühner denn besorgen demnächst aber erst mal würde ich gerne ein weiteres feld kaufen weil ich will hier nicht irgendwie alles vollkneiden mit feldern das feld soll da hinten oder da drüben hin jetzt wobei halt auch mal ein bisschen vorankommen der pennt gerade hunde pennt doch nie oder dachte ich wie viel haben wir da jetzt sieben leere flaschen weil ich hier würde ich eigentlich ganz gerne dann ach so oh läuft hier rum gackert und scharrt den ganzen tag es ist doch tot was soll ich jetzt mit dem toten Huhn ich hab's doch rausgenommen rassistisch das ist nicht mein Spiel ich spiele ein anderes wieso was ist damit das Vieh liegt hier auch noch rum ja keine Ahnung was ich jetzt mit den ganzen toten Tieren machen soll scheiße da müssen wir immer mal ein bisschen Auge aufhalten hier essen ja ich hab's ausgenommen aber das Tier ist trotzdem noch da das ist halt ein bisschen doof warte mal wie sieht das hier aus ich sollte ja eine Garage bauen oder ein Ding würde die Garage theoretisch hier hinpassen nein naja aber hier würde sie von der Breite den würde ich sie hier hin machen ach ja ich brauch zehn Bretter ok ich will die nur schon mal platzieren dass wir wissen dass wir da die Garage hinknallen ich glaube ich hab nicht mal zehn Bretter scheißen Dreck so ich flitz mal kurz in die Stadt und lass mir das mal reparieren schnell die Säge das wäre das Erste Gai Ching Dankeschön für deine 46 Bidis Vielen, vielen, vielen Dank weiterverwerten geht nicht ich kann es nicht damit machen ich hab's ausgenommen ja jetzt liegt es darum merkwürdig oh ja Tagesplan bitte unbedingt ich dir die Frage kann jetzt hab ich die Säge nicht mitgenommen ganz blöder Spawn da vorne nachher wenn wir auf den Weg sind nehmen wir gleich ein bisschen Holz mit dann können wir das nämlich den äh Typen da oben geben für seine Bienenstelle für seine Bienenstelle naja 80 das geht ja noch so warte mal ich muss mir Planken kaufen für den Vogel da oben weiß ich wie viel ich brauche muss sie eh abholen warte wir gucken mal kurz ich will mal kurz gucken wie viel wir brauchen ich esse Chips ja habe ich auch gerade gegessen paar äh wie viel brauchst du denn da insgesamt warte mal hör mal auf damit zwölf zwölf 36 Stück brauche ich davon ok muss ich doch alle kaufen von dem so dann wie macht das auf Oh oh, schon wieder das heißt gedrückt. So. Äh, flitzen wir mal schnell rüber, holen die Bretter, dass wir am nächsten Tag da hinkönnen. Resi, ich hole den Traktor ab. So. Also jetzt müssen wir jetzt die ganze Zeit hin und her, hin und her, hin und her, bis wir alle Bretter drüben haben. Und dann, äh, auch Kacke. Dann ist die Zeit, komm. Das hört sich an, als wenn ich die Gänse über den Hund fahre. Infernita, hör auf, ich habe gerade gegessen. Dann ist die Gänse über den Hund fähig. Aber die Gänse über die Gänse über die Gänse über den Hund fähig ist. Aber dein Vater hat noch, in dem Fall, noch Gruß. war jetzt relativ teuer hättet man auch am nächsten tag machen können ja beim deutschreisen hier irgendwie ey warte mal wie drehe ich jetzt hier mal im klutzen vorsicht hab ich die Hüppe? ne not my problem die Brötter da auch nicht? ach so kannst du mal gucken Junge das ist nervig ich hoffe wirklich dass wir auch Sprit selber herstellen können irgendwie aber ich glaube nicht muss ich also immer kaufen wir werden so viel Geld machen so so oh man wir gehen mal auf die Eben das läuft ja ach die Eben ich dachte das ist ja passiv so klettern was ich kann klettern? ach cool hallo Amy grüßen sie sich na Bernd bauen mhm mhm wo wir den Hammer hier ja ja okay wir haben jetzt wenigstens das Ding schon mal stehen das andere machen wir den nächsten Tag weil das Holz was da jetzt noch drauf ist das würde ich gerne mitnehmen ach so schließen ja am nächsten Tag dann machen wir die Kühe rein können wir ja auch mal melken schnell haben wir dann einmal noch auf Tasche ja 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 sehr gut aber hier könnten wir nochmal fix so jetzt haben wir zwölf bekommen und elftiges ok hauen wir die hier mit auf hattet ihr auch da schön reingemacht nur doch gut machen wir mal die Tiere rein hier kommen sie Herr Lu sie bitte auch mal kurz hier meinen links öffnen gut den müssen wir am nächsten Tag rauslassen nö so so haben wir da schon welche von gehabt ne okay Sandwich haben wir auch noch Dinn Komisch Hunde die könnten wir eigentlich genau ah ich wollte die Kühe melken eigentlich Na egal Gucken wir mal zu den Bienen. Ich glaube, das dauert bestimmt auch immer einen Tag, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie... Ich kann mir auch vorstellen, dass sie irgendwie Blumen brauchen, ne? Logisch. Mal 11 Stunden knacken gehen. So. Essen haben wir, trinken haben wir. Würde ich mich eigentlich direkt, wenn ich die Tiere rausgelassen habe, auf den Weg machen. Auch wenn es gerade sehr dunkel ist. Jawohl. Oh, ich habe das Tor aufgelassen. Nein! Stimmt, ich habe die noch angepeilt. Ja, kommt mal hierher. Achso, was sei er. Ich werde mal ein bisschen Sprit mitnehmen. Äh, wir nehmen mal ruhig neun Sprit mit. Tanken wir das rein und den Rest packen wir hinten drauf. Was haben wir da noch? Sechs, okay. Das ärgert mich so sehr mit diesem Hals, ne? Dass ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. So, wir fahren erstmal in die Stadt. Besorgen da nochmal Holz. Nicht viel. Hä? Ich weiß nicht, warum nicht so gut ist denn drin. Oh, das geht auch mal aus. Ach zu, die Luke. Oh. Oh. Oh man, nooo. Oh. Oh man, nooo. We are口! Oh! Fasten. Beim richtigen. benefited favour. Ja. Naar.